Was? Bieler! Äh, Künstler, äh, blaues Tor, blaues Tor. Okay, ich guck zurück, du guck. Hoch. Ich guck hier. Ist der da draußen, ja? Hinterm blauen Tor. Ich hab ihn, der hat geeng... ich hab ihn nicht getroffen. Hat er dich? Nee. Der ist... hinten, glaub ich. Der hat ne blaue Armbinde. Ich glaub, das sind noch mehr, hm? Du hast so den anderen Bruch in Sicht? Nee. Was? Wie? Ich bin am Tor, du musst nur sehen, wenn er von der anderen Seite kommt. Ich bin rechts am Bruch. Ja, weiter am Norden, ne? Genau. Gut. Der ist zu dir gekommen, glaub ich, oder? Im Wald gewandt jetzt. Nee, der steht hinter dem Busch, glaub ich. Guck mal noch. Der steppt? Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich hab's gehört, schalten. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, schalten. Oh ja. Jetzt hast du es auch. Ich hab's gehört. Oh ja. Ich hab's gehört. Oh genau. Ah. Tja. Wir sind in die Richtung, vielleicht? Ich muss es nochmal hören. Wegen der Sound-Engine. Nicht, dass es falsch war. Du musst jetzt ruhig... Ah, es kommt jetzt, es kommt jetzt, es kommt jetzt, es kommt noch zugefahren. Echt? Ja, es fährt jetzt hier die Straße entlang. Äh, wir hätten auch einfach ein Stückchen runter. Echt? 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 Fackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackfackf aber schnell unterwegs wo fährt er hin? fuck was machen wir jetzt? der fährt hoch zum berg wenn man da immer hinterher schießen wird lustig sein war das ist er halt nicht wo ich hinschießen muss der herr er wird da oben stehen bleiben parkt er da? sieht so aus ne? jo er parkt er steht ja wirklich er sieht dich ne? er ist ausgestiegen ja wirklich ja er hat ein hunting backpack sieht ein bisschen leicht wie ein bambi aus er zieht sich um und jetzt läuft er hoch in den wald rein ne warte er läuft zurück zum auto sind zwei zwei spieler ein bambi und ein halb bambi würde ich mal sagen stehen beide jetzt am auto rum ok ich laufe ich bewege mich gerade ein bisschen ich bin schon fast vorne ne? ich seh es du läufst über das welt oh jo 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 ich seh das auto nein 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 ich hab zombie akku ich mach den zombie schnell weg oh man ich hasse diese mosh pit viecher wenn ich hier im dance kippe im oschloch gerade keine zeit für so ne scheiße na hier ist auto nicht mehr jetzt sind nicht mehr im auto glaube ok dann nehme ich die verfolgung auf ich seh da irgendwas rotes in der in der tanne schimmern naja ich seh das auto direkt neben dem auto oder was in der tanne rechts davon naja ok versuche mal ein bisschen zum laufen fühl mich deppich liegt gerade auf der straße ne ich wisse nicht das ist glaube nur ein baum der da durch scheint ich komme jetzt hinterher links unten ich seh da was am läufst du am ding lang? am fuße des berges da bist du auch gerade an einem weißen zaun vorbeigelaufen ja hier ist ein weißer zaun ich steh jetzt hier ne ich seh da da läuft da sind zwei spieler die laufen zum auto hin einer läuft direkt drauf zu vom airfield her der ist vom airfield es sind zwei das sind die beiden typen was ist das vom airfield ich seh links am auto links am auto links am oh yo 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 die laufen an mir vorbei einer kommt in meine richtung fast bei mir ja einer läuft jetzt so der der einer kommt in meine richtung der steht fast bei mir in der tanne ich seh die nicht mehr ich hab sie aus dem blick verloren ich hab gerade geguckt wie weit die weg sind einer ist vor mir ich komme ich komme ich komme einer ist tot ich komme es ist noch einer einer ist tot einer ist Richtung auto jo einer einer ähmt auf mich oh ich bin getroffen tut er aber nicht der ähmt da oben der steht da oben und ähmt ich komme langsam vor wo ist denn da oben am auto oder was links vom auto ein bisschen weiter in den berg runter steht aber noch oben an der waldgrenze oben er sitzt einfach nur und aimt jetzt geht er langsam zurück zum auto ne geht kommt ein Stückchen in meine Richtung steht hinter dem busch ich stehe auf offenem feld ganz leicht von rechts von rechts umlaufen sieht mich ok ich komme daher wo die herkommen ich seh das auto links vom auto da unten ist ein busch da links vom auto links vom auto da ist einmal ähm ähm da ist eine steinmauer und links davon ist ein busch oder ein bisschen noch in unsere Richtung busch siehst du mich eigentlich nein 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 kein kein blickkontakt genau da oben laufe einfach rechts ein bisschen steht immer noch da und aimt die ganze zeit ich heiße es die frage ob das hier die turnreihe ist die erste gleich von mir aus ne 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 eine weiter einer weiter er rennt zum auto echt ok ja zwei beim auto was schießt du ja ich hab geschossen zwei Leute beim auto fuck ich bin auch beim auto fast nicht auf mich schießen ich bin rechts vom auto äh zwei links vom auto zwei links vom auto ok ich komm von oben 50 Meter entfernt vom auto ok 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 kannst du noch ein bisschen ärgern liegen hinter der mauer ja kannst du dich noch ein bisschen stressen geschlossen ich muss aufpassen sonst immer laufen die mich oh Gott blöde Tanne ich bin direkt am auto ok links davon an der mauer äh das denn oh keiner schießt mir noch wo sie noch nicht oh keine ich muss drinnen na weiter wirklich ja ich bin unconscious umgefallen einer hat noch eine AK oder so er muss safe noch einer sein roh 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 es waren hier zwei ok beide tot wo bist du ähm ich bin in der Stream ähm bist du an der Tanne ich seh dich eine große Tanne oder ja möglich lieg nicht direkt bei der Tanne ne das ist was anderes was liegt denn da warte mal du liegst hinter der Tanne oder du bist auf jeden Fall in der Richtung in die Richtung gebrannt ich weiss nicht warte mal was ist das hier wie ist das jetzt spiel weiter links weiter links würde ich sagen ja genau da wo du wo du was siehst das ist der Tote ich bin da daneben ich gebe euch ich hab dich gleich ich war ziemlich kaum ich war richtig kaum du bist sogar gestorben ne du lebst noch ne ich bandagiere dich ich bandagiere dich ich bandagiere dich ich hab glaub ich noch ähm ich hab dich bandagiert guck mal ich hab so ne Spritzen gib mir ja auch ne meine genau genau werd auf ne meine rein mach ich halt dich fest boi ruhig bleib sonst lässt mich erst verliegen den Rest müsste ich schaffen hab ich reingeballert ja super du liebst ich bin wieder da optimal ist auch geil okay nicht schnell looten ich weiss es nicht das waren die zwei hier gleich gerade aus hinter der Mauer ja okay let's go super genau das waren die zwei das war perfekt gemacht optimal die haben sich beide auf dich fokussiert einer muss ihnen das andere weiß ich nicht und wir haben ne Karre alter das ist damit wegfahren hier oben war das glaube ich aber das haben nicht nur bestimmt wir gehört oder ne ne wir müssen uns beeilen hier oben liegen die an der Mauer jetzt beide waren tot ne du hast ja bei den Hedgehammer gepasst ich bin die Karrebein mit ich guck schon ob die Karrebein noch vorbar ist ist alles drin und wir können losfahren wir können so lassen aber die Karre ist so voll da passt gut nix rein ne komm wir gehen zu Fuß wir gehen zu Fuß wir verkaufen uns erst mal hier komm erstmal noch da weg ich heiß auf die Karre können wir auch später noch holen Eckhardt ich grüß dich ich weiß nicht ich bin ultra ultra grau noch einer ich hab alle angehittet ich hab alle angehittet ich hab alle angehittet ich hab alle angehittet